Badgestalter Badgestalter würde ich in erster Linie mit Exklusivität verbinden. Ich würde sie beschreiben als erstmal zuverlässig, kompetent. Und wenn ich heute daran denke, dass ich eine Firma kennenlerne, die in dieser Gruppe die Badgestalter drin ist, dann würde ich die immer empfehlen. Meine Erfahrung mit den Badgestaltern war, das ist Königsklasse. In dieser Liga tanzen wenige. Wir sind eine Leistungsgemeinschaft aus Bäderbauern, die auch alle das komplette Bad leidenschaftlich bauen. Wir sind aber alles noch individuelle Firmen. Du gehst wohin, du guckst dir was an, du sprichst mit Leuten und zauberst letztendlich die richtige Lösung. Wenn ein Kunde heute bei uns reinkommt in die Badgalerie und sagt, er braucht eine neue Handpause, dann frage ich, möchten Sie nass werden oder möchten Sie Spaß haben? Wenn ich einem Kunden verspreche, ich bin um sieben Uhr da, dann muss ich auch um sieben Uhr da sein. Die Sorgfalt steht ganz bestimmt auch an erster Stelle, auch bei der Ausführung. Wir führen alle Gewerke durch und das zum Festpreis und mit Termingarantie. Komplett mein Bad heißt einfach, dass du dich um gar nichts kümmern brauchst. Es hat keine Verzögerung gegeben. Die Arbeiter erschienen alle pünktlich. Andere Menschen glücklich machen, ist ja wirklich das Schönste auf der Welt, was man machen kann. Es war perfekt insofern, weil ich mir nichts Besseres vorstellen kann. Salat ist super funktioniert perfekt. Also ein Badezimmer ist für mich schon ein Ort der Behaglichkeit. Es ist auch ein erotischer Bereich. Man kann alles in einem Bad machen. Es ist auch ein Tier. Vielen Dank.